Herzlich Willkommen zu Teil 50 Wir sind in Adventure Bay und es ist Freitag, der 29. August 1788 Nee, es ist Dienstag, der 19. Juli 2022 Und ich möchte mit Euch mal über die Adventure Bay fliegen Damit Ihr seht, wie die Landschaft heute im Flugsimulator dargestellt wird Es ist wolkig und grau und wir müssen bedenken, dass zu dieser Jahreszeit hier unten Winter ist Bruni Island ist quasi in einen Nord- und einen Südteil unterteilt Sie sind nur durch eine schmale Landbrücke, The Neck, der Nacken genannt, verbunden Die Adventure Bay befindet sich im Südteil Im Osten der Pazifik, der zur Zeit, als die Bounty hier war, recht rau war und eine starke Brandung verursachte Im Westen auch der Pazifik, aber hier ist das Wasser in der Regel sehr seicht Denn die Landmassen drumherum beruhigen das Wasser Von hier bis Adventure Bay ist es noch ein Stückchen Bei Ihrem Aufenthalt haben sie ja einige Obstbäume und auch Kartoffeln gepflanzt Der Plan, was wo gepflanzt wurde, von dem Blei ja sprach, ist leider nach der Mäuterei verloren gegangen Aber man vermutet, dass die Bounty in der sogenannten Quiet Corner, also der ruhigen Ecke hier, die Kartoffeln gepflanzt hat Und Apfelbäume gibt es hier auch Nach den Beschreibungen im Logbuch vermute ich, dass die die Bäume weiter im Osten gepflanzt haben Hier ist übrigens Flutet Cape und die Pinguininsel Ja, auf der Südhalbkugel steht die Sonne mittags im Norden und geht natürlich auch im Westen unter Nun fliegen wir auf Cape Henry zu Jetzt ist es Zeit zu landen Und wir beamen uns wieder 234 Jahre zurück in die Vergangenheit Freitag, der 29. August 1788 Mäßig bewölkt mit Regenschauern, Donner und Blitzen im ersten und mittleren Teil Im letzten starke Stürme und dickes Regenwetter Fische wie gewohnt mit Haken und Leine gefangen Heute Nachmittag hatte ich die Absicht, auf der Pinguininsel anzulanden Aber das Wetter war sehr stürmisch und regnerisch, weshalb ich es nicht machte Auf meinem Weg habe ich zwei Basstöpel geschossen Diese Vögel sind etwa so groß wie ein europäischer Basstöpel Von einem wunderschönen Weiß mit Ausnahme der Flügelspitzen und des Schwanzes Die schwarz sind Und der Ober- und Hinterkopf aus einem sehr feinen Gelb Füße sind schwarz mit vier Krallen, die jeweils eine gelbe Linie über die gesamte Länge des Fußes haben Der Schnabel ist spitz zulaufend und sehr stark Und etwa vier Zoll lang, ohne Nasenlöcher Wir haben mehrere Wildenten und Austernfischer gesehen Aber diese, obwohl sie mit einem roten Schnabel fast die Größe haben, wie am 23. beschrieben Haben sie ein vollständig schwarzes Gefieder Der Wald auf dieser Seite der Bucht ist nicht annähernd so dicht wie in allen anderen Teilen davon Daher habe ich beschlossen, einige Obstbäume zu pflanzen Und für das, was ich sonst noch hier lassen muss, ist diese Seite der anderen vorzuziehen Insbesondere, da Mr. Nelson versicherte, dass dies der Ort sei, der dafür am besten geeignet ist Was sehr gegen alle Erfolge spricht, ist, dass bei trockenem Wetter Wenn die Eingeborenen ein Feuer machen Es das Gras und Unterholz erreicht und alles zerstört, was heißes Feuer nicht ertragen kann Selbst viele große Bäume werden dadurch zerstört Ich kehrte sehr durch Nest an Bord zurück und konnte den Rest des Tages keine Arbeit mehr erledigen Außer das Schiff zu reinigen Temperatur mittags 11 Grad Samstag, 30. August Sehr starke Stürme und Regenwetter mit Blitzen in der Nacht Unser Wasser war jetzt auf 41 Tonnen aufgefüllt Am Vormittag gab es einige klare Intervalle, die optimal genutzt wurden Ich ging mit Mr. Nelson zur Ostseite der Bucht und pflanzte drei schöne junge Apfelbäume In wachsendem Zustand Neun Weinreben Sechs Kochbananen Eine Reihe von Orangen- und Zitronensamen Kirschkerne Pflaumenkerne Pfirsiche Aprikosen und Kürbisse Auch zwei Arten von indischem Mais und Apfel- und Birnenkirn Der Boden ist bewundernswert an die Bäume angepasst, da es sich um reichen Mergelboden handelt Das ist Kalk und tonhaltiger Boden Deshalb wurden die Standorte fern vom Unterholz gewählt Für die großen Bäume wurde dort freigeschnitten, wo sie gepflanzt wurden Mr. Nelson folgte dem Rundgang durch die Bucht und pflanzte überall Zitronen, Orangen, Äpfel, Birnen, indischen Mais zweier Sorten und Kürbissamen Mit Freude meiner Bitte nachkommt, den Eingeborenen oder denen, die nach uns kommen mögen, das Beste in unserer Macht Stehende für sie zu tun Wenn sie gleichen Erfolg haben und es mit gleicher Mühe und dem Willen gelingt, sie zu erhalten und zu pflanzen, wird dieser Teil des Landes reichlich bestückt sein Ich werde ihre Lage in meinem Plan dieses Ortes beschreiben Diese erwähnte Ortsbeschreibung von Blei ist leider bei der Meuterei verloren gegangen Für mich besteht jetzt kein Zweifel mehr daran, dass es drei Arten von Waldbäumen gibt Ich kann feststellen, dass sich die Qualität des Holzes in nichts unterscheidet Aber ihre Blätter tun es sehr, sowohl in Größe als auch in Form Das eine ist ein langes gebogenes Blatt, wie eine Sichel Das andere nicht halb so lang und doppelt so breit Die Spitze ein wenig gebogen Aber das letzte ist ein zartes Blatt Drei bis vier Zoll lang Am Ende zugespitzt und knapp ein Viertel Zoll breit Ohne einen aromatischen und weniger stechenden Geruch als die anderen beiden Von denen ich mir denken kann, dass sie gleicher Gattung, aber verschiedener Arten sind Und in Bezug auf das Holz wird es genauso sein Ich muss es ihm überlassen, die große Anzahl kleinerer Bäume zu beschreiben Jedoch muss ich bemerken, dass es viele gibt, die Bäume genannt werden könnten Außer an solchen Stellen, an denen sie unter einer so unzähligen Menge größerer Bäume verloren gehen Diese Waldbäume vermehren sich genauso stark aus Samen oder eher noch mehr Übertriebe Wir kamen an vielen Stellen vorbei, wo sie sehr dicht wuchsen Die Beine von beiden sind sehr lang Sie sind vielleicht besser unter dem Namen Mangrovenkrabbe bekannt Sie sind sehr schmackhaft und ein angenehmes Essen Wir haben in diesen zwei Tagen viele Wale in der Bucht von beträchtlicher Größe vorbeikommen sehen Sie waren alle von einer Sorte mit zwei Blaslöchern am hinteren Teil des Kopfes Ich bedauere oft, dass wir keine richtigen Harpunen für sie hatten Eine Sache, mit der auf diesen Reisen jedes Schiff leicht versorgt werden könnte Die Männer fangen nebenbei immer noch sehr schönen Felsendorsch und werden zufriedenstellend versorgt Temperatur mittags 6,2 Grad Hier kommt jetzt noch eine Bemerkung Ich maß die Flut um 18.49 Uhr Und zwei Stunden, acht Minuten später, der Mondwechsel Hier bei diesem letzten Satz war ich mir erst nicht sicher, was er meinte Aber eine Recherche der Ephemeriden ergab Das ziemlich genau zu der von ihm genannten Zeit am 30. August 1788 Neumond war Ich packe meinen Link in die Beschreibung für ein Astronomie-Programm, mit dem man einen realistischen 3D-Himmel So, wie man ihn an einem frei wählbaren Zeitpunkt und Ort im Realen sehen kann Beziehungsweise konnte Am Computer darstellen kann Sonntag, 31. August 1788 Mäßiges und bewölktes Wetter Wies an, Holz zu machen und Sägebretter Am Morgen brachte ich den Zeitmesser wieder an Land, um seinen Zustand zu bestimmen Aber ich konnte nur zwei gleichartige Beobachtungen machen Ich habe heute einige Zwiebeln, Kohlwurzeln und Kartoffeln auf einer Ebene in der Nähe der Wasserstelle An einer Stelle gepflanzt, von der ich denke, dass sie sehr gut sein wird Und wo ich erwarte, dass sie gedeihen werden Wenn sie nicht von den Eingeborenen zerstört werden Diese Leute sind eine herumziehende Gruppe Und ihre Versorgung hängt vollständig von Muscheln und anderen Arten von Schalentieren ab Da ihre Ruheplätze immer dort sind, wo diese Dinge gesammelt werden können Was wir leicht entdecken, wenn wir Haufen von Muscheln sehen, wo immer sie sich aufgehalten haben In früheren Aufzeichnungen über diese Leute wurde angenommen Dass sie ihre Behausung häufig in den zu diesem Zweck von Feuer ausgehöhlten Baumstämmen errichten Aber es ist mir, als ich früher hier war und auch jetzt, so nicht aufgefallen Ich habe dies gründlich überprüft, ohne irgendwas zu entdecken, was mir diese Meinung bestätigen könnte Meine gegenteiligen Ideen beruhen hauptsächlich auf den Gründen Dass die durch Feuer im Stamm ausgehöhlten Bäume insgesamt nur Platz für ein oder zwei oder drei Menschen haben Die sich dort hineindrängen und sie nicht vor dem Wetter schützen Und niemand jemals den geringsten Anschein von irgendwas gesehen hat, das zum Schutz vor der Öffnung lag Dass es in der Nähe dieser hohlen, verbrannten Bäume viele Stellen gibt, an denen Wickwams erstellt werden Und dass der Baum natürlich nicht als Unterschlupf gedient haben kann Dass ihre Wickwams so gebaut sind, dass sie die volle Länge ausnutzen Der Boden eben gemacht und überall mit Gras bestreut ist Und das Dach so mit großen Rindenstücken versehen ist, dass es bei regnerischem Wetter innen vollkommen trocken ist Aber die Mulde im Baum hingegen ist durch das Verbrennen der Wurzeln so innen eben, dass es unbequem ist, sich darin hinzusetzen Und was noch mehr dagegen spricht, der ganze Baum ist ein Wasserleiter hinab in diese Mulde Ich nehme daher an, dass sie als Feuerstelle benutzt werden und nichts anderes Ihre Wickwams sind mit wenig Aufwand hergestellt und bieten mehr Komfort Temperatur mittags 12, 2 Drittel Grad Montag, 1. September 1788 Moderates und schönes Wetter Habe angewiesen, an diesem Tag mit unseren größten Anstrengungen das Holz nehmen, fertigzustellen Fingen nebenbei viele schöne Felschendorsche, damit die Mäller so viele hatten, wie sie essen konnten Die Segelmacher stellten die Segel fertig und alles war fast fertig, um in den See zu stechen Ich befahl, den Schotanker einzuholen und das Tau zu lösen Um 2 Uhr morgens hatten wir das erste Mal Anzeichen dafür, dass die Eingeborenen innerhalb der Grenzen der Bucht waren Mir wurde gesagt, dass Feuer im flachen Land und in der Nähe von Cape Frederick Henry gesehen wurden Wir sahen die Eingeborenen Jetzt kommt was nicht Entzifferbares Auf uns zukommen Und ich traf Vorbereitungen, um sie bei Tageslicht zu treffen Als wir mehrere von ihnen mit unseren Gläsern am Strand des Tieflandes sahen Der Morgen war klar Und ich ging an Land und machte Beobachtungen für die Gangrate meines Zeitmessers Wobei ich jeden Moment erwartete, die Eingeborenen zu sehen Aber wir sahen keinen, der sich uns näherte Ich wäre zu ihnen gegangen Aber das Meer vom Süden erzeugt eine so starke Brandung am Strand Dass es für jedes Boot völlig unmöglich war, an Land zu gehen Mein ernsthafter Wunsch, sie zu besuchen, blieb daher vergeblich Nachdem ich mit dem Wassernehmen fertig war Wurde mein Böttcher damit beschäftigt, kleine Wannen herzustellen Um Mr. Nelson Platz zu bieten Damit er eine Vielzahl seltener Pflanzen an Bord nehmen konnte Die, da sie alle fertig gewachsen waren Nichts weiter als diese Wannen erforderten, um sie an Bord zu nehmen Und so nahmen wir einen Teil von ihnen Ein paar Wale wurden in der Bucht gesichtet Wie es vor einigen Tagen der Fall war Aber alle von der bereits beschriebenen Art Temperatur mittags 8,75 Grad Dienstag, 2. September 1788 Moderates und schönes Wetter Angewiesen, das Holzmachen fertigzustellen und Besen zu schneiden Ich habe viele gute Felsendorsche gefangen Und viele Wale in der Bucht gesehen Da die Eingeborenen nicht in unsere Nähe kamen Beschloss ich am Morgen ins Flachland zu gehen Wo wir noch immer Feuer sahen Dementsprechend machte ich mich in Begleitung von Mr. Nelson auf dem Kutter Und kam dort gegen 11 Uhr an Aber es war dort eine so große Brandung Dass ich nicht landen konnte Deshalb hielt ich mit einem Anker In der Hoffnung, dass einige der Eingeborenen Zu mir kommen würden Denn wir kamen an näheren Feuern vorbei Und ich war mir sicher Dass sie in der Nähe waren Nachdem wir fast eine Stunde gewartet hatten Waren wir überrascht Einen Weißen aus dem Wald auf das Boot zukommen zu sehen Es erwies sich als William Brown Mr. Nelsons Assistent Der auf der Suche nach Pflanzen So weit gegangen war Das Meer erlaubte uns keine Kommunikation mit ihm Aber wir erkannten Dass er bei den Eingeborenen gewesen war Ich winkte ihm zum Schiff zurückzukehren Und kurz darauf war er verschwunden Wir hörten die Geräusche der Eingeborenen Die dem Gackern von Gänsen ähneln Unmittelbar danach sahen wir etwa 20 von ihnen Von denen 12 zu den Felsen herunter kamen Und die anderen blieben zurück Ich kam zu dem Schluss, dass sie die Frauen waren Ich kam mit dem Boot bis auf 20 Yards heran Und warf ihnen Nägel, Perlen und andere Kleinigkeiten zu Was ihnen nur wenig Freude zu bereiten schien Denn um sie sicher an Land zu werfen Wandte ich sie in Papier Und obwohl ich ihnen den Inhalt zeigte Öffneten sie es erst, als wir sie verließen Ich kam dann wieder zurück, als sie alles beiseite gelegt hatten Und es für uns nicht so aussah Als dass sie von dem, was wir ihnen gegeben hatten Notiz nahmen Nachdem ich wieder ein paar Nägel an Land geworfen hatte Und es völlig undurchführbar fand An Land zu gehen Gab ich ihnen ein Zeichen, zum Schiff zu gehen Und verließ sie So, dann haben Bly und Co. nun doch Kontakt Zu den Aborigines aufgenommen Wie das weiterging Lesen wir im nächsten Teil Bis zum nächsten Mal